Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat den Vertrag mit Leistungsträger Sanne Kittel, 25, vorzeitig bis 2022 verlängert Das gaben die Schanze am Donnerstag bekannt. Kittel spiel seit Sommer 2016 für Ingolstadt und kam seitdem auf insgesamt 56 Pflichtspiele in den beiden höchsten Spielklassen In der vergangenen Saison erzielte Kittel in 33 Ligaspielen 10 Tore und gab 15 Vorlagen Das ist ein großartiger Tag für unsere Fans und die gesamte Region. Wir sind glücklich, dass sich Sanne nach intensiven Gesprächen langfristig für uns entschieden hat, sagte Geschäftsführer Sport und Kommunikation Harald Gärtner Sit Sit Bis zum nächsten Mal.